Hallo. Hallo. Du bist? Thomas Brönmann. Wo kommst du her? Aus Köln-Ehrenfeld. Dein Lieblingsspieler beim FC ist? Uh, Lukas Podolski fand ich damals cool. Eigentlich so eine ziemliche Standardantwort. Dein Karnevals-Hotspot ist wo? Karnevals-Hotspot. Eigentlich bei mir zu Hause. Und dein letztes Kostüm war? Das letzte Kostüm. Ich glaube, das war mit so einem bayerischen Hut. Also mit Lederhose. Zockst du? Ja, sehr viel. Deine Lieblingskölsch-Marke ist? Ich glaube, ich weiß nicht, wie das hieß. Das war so eine ganz alte Sorte. Ich glaube, das hieß Schreckenskammer. Amazon oder Ebay? Amazon, aber ich bestelle ganz wenig online. Danke dir. Und da. 젊 Taks und Fertig. Untertitelung des ZDF, 2020